So, herzlich willkommen zurück zu unserem Kurs Medienteorie. Wir befassen uns heute mit den Bildmedien im Zusammenspiel mit elektronischen Massenmedien in ihrer Entwicklung, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert. Bedeutet kurz gesagt Fotografie und Cinematografie. Nachdem wir uns vormals also eher sozusagen mit den Schriftmedien befasst haben, kommen wir so langsam in das, was die Medienteorie geschichtlich als Iconic Turn bezeichnet. Die Hinwendung wieder weg vom Literalen hin zum Bildmedium. Und gleichzeitig auch zur Oralität, haben wir beim letzten Mal ein bisschen bei der Telefonie gesehen. Und ich würde gerne heute anfangen mit einem technischen Vorläufer eigentlich, der den Weg der Cinematografie ja dann später fortschreiben sollte. Nämlich, wie Sie hier sehen, eine erste Frühdarstellung der Nutzung der Laterna Magica. Die Laterna Magica, die schon wahrscheinlich im 17. Jahrhundert entwickelt worden ist, ist ja im Grunde nichts anderes als die Idee, über einen Projektor mittels einer Lichtquelle eine bestimmte Mediengeltung vergrößert an eine Projektionsfläche zu werfen. Also an eine Leinwand oder überhaupt an eine Wand. Und hiermit sozusagen den Effekt einer medialen Geltung, einer bildhaften medialen Geltung, wiederzugeben, vorzugsweise für ein größeres Publikum, so wie Sie es hier wahrscheinlich schemenhaft zumindest sehen können. Nun, warum ist diese Laterna Magica, die wir heute wahrscheinlich als Beamer vielleicht immer noch ansehen würden, im Grunde hat sich der Beamer nicht verändert gegenüber der Laterna Magica von 1670, etwa, warum würden wir das so wichtig ansehen? Ich würde ganz gerne nochmal einen technikphilosophischen Ansatz aufgreifen, den wir schon mal in anderen Zusammenhängen besprochen haben, nämlich die poststrukturale Determinierung. Also, dass wir Innovationen entwickeln aus einer bereits eingeschlagenen Denkfurche des bereits Bekannten heraus. Und deshalb kann man mit guten Gründen sagen, dass auch die Cinematografie eigentlich wiederum nichts anderes ist, als das Weiterlaufen in der bereits gezogenen Furche der längst bekannten Laterna Magica von etwa 1700 rum, ein bisschen früher, und der hinzutretenden Fotografie. Mit einem weiteren Lernschnitt natürlich, dass ich eben Laufbilder dadurch erzeugen kann, dass ich durch die Projektionsfläche Einzelbilder ziehe und etwa 24 Stück pro Sekunde, um den Eindruck eines Laufbilds zu erzeugen, aber dass sozusagen mit diesem auch schon bekannten Daumenkino-Effekt die Cinematografie wiederum nichts anderes ist, als die Addition bereits bekannter einzelner Medieninnovationen, die schon da waren. Das ist im Grunde auch wieder nur eine Kulmination, eine Aufhäufung von Bekannten und eine Neukombination dieses Bekannten. Das, was man als poststrukturale Determinierung bezeichnen könnte, oder aber auch wiederum auf Niklas Luhmann gewandt, kein Medium geht je verloren. In jeder neuen Medieninnovation tauchen andere wieder auf. Das kann man auch kritisch sehen, aber ich wollte Ihnen das hier nochmal anhand der Laterna Magica simplifizieren. Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, kann Ihnen mal zeigen, wie das aussah, so eine Laterna Magica Vorführung. Hier haben Sie das gehabt, das ist jetzt natürlich ein Zeitraffer. Das sind jetzt Bilder aus aller Welt, das sind so, heute würde man sagen, Dias, die damals in die Laterna Magica eingegeben worden sind. Und da sehen Sie schon, das war damals im Grunde das ikonenhafte Fenster zur Welt. Also so, da hat man sich abends versammelt. Das war eine Soiree oder auch eine Matinee, wo man darüber sich sozusagen Sightseeing im Wohnzimmer betrieben hat, kostengünstig. Und Fotografie gab es noch nicht. So war das das ikonische Fenster zur Welt. Das war damals die Zeit. In etwa so auch mit dem Aufkommen der illustrierten Zeitung aus Leipzig, über die wir ja schon gesprochen haben, die natürlich auch nicht zuerst auf Fotografie zurückgegriffen hat, sondern auf anders artifiziell erzeugte Bildmedien. Und das war dann sozusagen der Blick in die Welt hinaus, der natürlich aus heutiger Sicht in besonderer Weise limitiert erscheint, wo wir gewohnt sind, in hoher Auflösung Bildmedien von ganzen Planeten innerhalb von Sekunden sozusagen, um die Erdkugel zu schicken. Gut, davon war natürlich die Medieninnovation weit entfernt, Laterna Magica. Also hier so in diesen ersten Gestaltungen. Also sehen Sie selbstverständlich natürlich die eingefassten Illustrationen waren nicht rund, sondern so wie Sie es gerade gesehen haben, die Runderscheinung dann auf der Leinwand oder auf der Wand, die ist natürlich sozusagen durch die Determinierung der runden Linse als Projektionselement, aus dem das Licht geworfen wurde, dann eben determiniert, dass es dann eben zum Kreis wird. Das ist dann eben gesehen. Die Lichtquellen waren natürlich auch in erster Linie nicht elektrisch, selbstverständlich nicht im 17. Jahrhundert, ohnehin nicht und im 18. Jahrhundert. Aber das Prinzip war sozusagen dann mit welcher Lichtquelle auch immer im Grunde bekannt. Also der Einsatz als Unterhaltungsmedium übrigens interessanterweise jetzt nicht nur zur Nutzung auf Projektionsflächen, Flachen, so wie wir es in der Cinematografie kennen, sondern eben, wie Sie hier sehen, auch zum Einsatz als Projektion in Theaterrauch zum Beispiel hinein, um geisterhafte Projektionen zu erschaffen. Und das durchaus schon eben in Zeiten, in der Zeit Goethes, beziehungsweise in der Zeit vor Goethe. Gut, also das nur am Rande als kleine Erinnerung daran, wie auch bei der Theatrophonie, die wir uns ja schon angeschaut haben, dass es heute, dass es nicht nur in der Mediengeschichte Medieninnovationen gab, die bis heute fortwirken, sondern auch Vorläufer, die aber auch wichtig waren für das Entstehen von Medien, so wie wir sie heute noch kennen und in klassische Medieneinteilungen typologisieren würden. Und mit dieser gedanklichen Fußnote gleich zu Beginn dieses Screencasts würde ich jetzt natürlich dann überleiten in das bekannte, bis heute eigentlich im Grunde bekannte Medium der Fotografie, die ja auch im Prinzip, abgesehen von der Digitalisierung bis heute eigentlich gleich geblieben ist, nämlich der Idee, dass wir ein Bild, so wie wir es als Menschen, als Jetzt-Wahrnehmungsgestalt erleben, festhaltbar machen und immer wieder reproduzierbar, wahrnehmbar machen können. Und dass das natürlich über das Prinzip der Kamera Obscura funktioniert, das wie Sie sehen natürlich schon seit der griechischen Antike auch bekannt war, das Phänomen, dass wenn ich durch ein kleines Loch Licht einfallen lasse in eine dunkle Blackbox, dass ich dann im Prinzip eine Reproduktion sozusagen, das ist ja eigentlich nicht, aber das aufgefangene Licht an einer dunklen Fläche im Prinzip das Lichtbild von außen wiedergibt und dass dieses Prinzip der Kamera Obscura dann eigentlich auch nutzbar wäre für die Reproduktion, für die dauerhafte, dass es nur eben so lange nicht gelungen ist, das zu fixieren, was eben dort in die Kamera Obscura durch den Lichteinfall geworfen wird und das eben die Schwierigkeit war. Und die Fixierung dann die Tüftler etwa im 19. Jahrhundert beschäftigt hat, angefangen mit Niepce 1822 und Daguerre, die dann versucht haben, eben das zu fixieren, das zu bannen dauerhaft auf eine, erstmal auf eine Metallplatte, also später ist es eine Kupferplatte, um die Fotografie zu erzeugen. Also was gefehlt hat sozusagen der Missing Link seit der griechischen Antike, war nur die Möglichkeit der Fixierung. Wobei natürlich die Kamera Obscura schon vorher genutzt worden ist, auch in der Malerei. Also gerade wenn Sie jetzt vermeintlich gestochen scharfe Gemälde von Ansichten des Markusplatzes in Venedig haben, von Künstlern des 18. Jahrhunderts, dann ist das nicht so, dass es irgendwie so Pi mal Daumen abgemalt worden ist, sondern dass hier auch schon überlebensgroße Kamera Obscura genutzt worden sind, um da erstmal sozusagen das abzupausen auf dem Lichtbild der Kamera Obscura und dann hinterher sozusagen das Gemälde damit zu erzeugen. Also die Kamera Obscura zu nutzen für dauerhafte Mediengestaltungen, auch in der Malerei, das war nun eben schon bekannt. Aber die unmittelbare, eins zu eins konkurrente Fixierung des Lichtbildes, das ist eben noch nicht passiert. Das war das Problem, mit dem es sich zu beschäftigen galt. Und damit beschäftigt haben sich ja dann auch die ersten Fotografiedenker und Tüftler, vor allem Niebs und Daguerre. Ich hatte die beiden schon genannt. Und das führte dann eben auch am Anfang zu diesen aus heutiger Sicht in unserer Smartphone-Welt vielleicht etwas unhandlich wirkende Riesenapparate, die aber eben genauso funktionieren, wie ich es Ihnen gerade hier schon dargestellt habe, eben auch als im Grunde einfache Kamera Obscura, doch Kamera Obscura, nicht Laterna Magica. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die Laterna Magica. Aber hier geht es ja sozusagen nicht um den Lichtauswurf, sondern um den Einfall des Lichtes mit einer Belichtungszeit auf eine bestimmte beschaffene oder bearbeitete Platte, die anfangs, glaube ich, etwa mit Asphalt beschichtet war. Das ist, glaube ich, die ursprüngliche Form von Niebs. Da sahen sich natürlich dann die Kameraapparate noch anders aus. Das ist hier schon eine später entstandene Fotografieapparatur, die Sie übrigens im Frederic Marais-Museum in Barcelona sehen können. Frederic Marais, ein Sammler, heute würde man vielleicht sagen ein Messi, der alle möglichen Dinge gesammelt hat und vor allem die zu seiner damaligen Zeit neuen Medieninnovationen wie Fotografie, wie Kamera Obscura, aber auch Stereoskope dort mit großer Leidenschaft gesammelt hat. Und diese Sammlung können Sie in dem Frederic Marais-Museum in Barcelona sehen. Sie müssen sich allerdings durch eher etwas uninteressantere Stockwerke durchtanken. Erst im obersten, ich glaube, im vierten Stockwerk finden Sie dann die Schätze seiner Sammlungen. Gut, das sind so diese extra Rapidplatten auch von der, von Agfa gewesen, auch eine sehr frühe Zeit. Ich würde ganz gerne nochmal Ihnen vielleicht die, das eher die erste Fotografie kurz zeigen, die so ungefähr 1824, manchmal liest man auch 1822 von Joseph Niepz entwickelt worden ist, der mit einer Belichtungszeit, das müssten Sie mal schätzen, von acht Stunden eben, ich glaube ich, aus seinem Arbeitszimmer heraus diese Aufnahme geschaffen hat. Und die besticht jetzt nicht durch ihre Auflösung und durch ihre Details oder durch ihren Party-Snapshot-Charakter, sondern in erster Linie dadurch, dass es eben die erste Lichtbildfixierung war, die gelungene, die meines Wissens eben dadurch zustande kam, dass ich auf eine Asphaltschicht, die, glaube ich, dünn aufgetragen war, auf eine blankpolierte Metallplatte, eben durch einen Lichtanfall von etwa acht Stunden dann eine entsprechende Härtung des Asphalts hat, die dann eben diese, diese Konturen hat durchblicken lassen. Und diese Technik hat sich dann, wie Sie natürlich wissen, nicht durchgesetzt. Aber sie war ein wichtiger Vorläufer, den dann Daguerre genutzt hat für seine Fortentwicklungen auf Kupferplatten, wo dann relativ schnell auch Fortschritte in der Qualität der Fotografie erzielt worden sind, nicht in der Schonung der Gesundheit der Fotografen. Also die chemischen Prozesse und die Mittel, die sie benutzen, um da gute Resultate zu erzielen, waren, weiß Gott nicht, gesundheitsfreundlich. Aber das war nun ja den Denkern und Innovatoren oftmals Wurst, wie ihre eigene Gesundheit darunter zu leiden hatte. Aber das sollte man vielleicht mitnehmen aus der Medienteorie, aus der Mediengeschichte zur Fotografie. Josef Nieps mit der ersten Fotografie, so etwa 1822 und dann darauf fußend im Grunde in der Zusammenarbeit später Daguerre, nachdem Nieps, glaube ich, schon verstorben war, 1835 etwa mit der Daguerre-Fotografie, die oftmals als eigentlicher Beginn der Fotografie angesehen wird. So und daraus entwickelt sich jetzt nun relativ rasch sozusagen eine Industrie und eine Verbreitung auch, nämlich die kommerzielle Nutzung über Ateliers und Wanderfotografen, die natürlich auf eine dann selbst geschaffene, aber rasch wachsende Nachfrage in der Bevölkerung getroffen sind, weil es doch etwas Eigenartiges, etwas Zauberhaftes hatte, selber sich fixiert zu sehen, also anders als bei dem längst bekannten konvexen Spiegel. Also mittlerweile konnte man seinen Antlitz schon auch im Spiegel sehen, aber halt eben nur live und in der Bewegung und nicht festgehalten mit dieser eigenartigen Eigenschaft, die ja Lambert Wiesing beschrieben hat, dass dann die Mediengeltung der Physik enthoben ist, also die Abbildung auf der Fotografie nicht mehr altert mit der Konsequenz, dass wenn Sie sich alte Fotos anschauen, dass Sie dort immer noch jung sind. Das haben Sie natürlich beim konvexen Spiegel nicht. Konvexen Spiegel ist zur Zeit der Renaissance entstanden und hat sich dort auch durchgesetzt, wo Menschen zum ersten Mal ihr Antlitz sehen konnten. Also auch der konvexe Spiegel ist sehr wichtig für die Menschheitsgeschichte, gerade weil es in der Renaissance ein Mosaikstein war für das Wichtigwerden des menschlichen Individuums. Und was kann denn das menschliche Individuum stärker aufwerten in dem eigenen Selbstbild, als dass man sich selber sieht, sein Selbstbild. Deshalb war der konvexe Spiegel da schon wichtig, der war auch bekannt. Und jetzt kommt aber etwas Neues hinzu, dass man sozusagen das Einfrieren des Antlitz, des konvexen Spiegels nun auch artifiziell herstellen kann mit ganz anderen Effekten, auch der Selbstreflexion in der Rückschau. Vergangenheiten werden sozusagen transparenter, indem man sie vermeintlich bildhaft festhalten kann über diese Dokumenteigenschaft. Und das hat natürlich einen ganz hohen Anreiz auf die Menschen ausgeübt. Und damit war auch klar, dass natürlich die Nachfrage nach Fotoporträts, die jetzt nun einfach auch günstiger werden, als ein Maler zu beauftragen, wie eben Jahrhunderte zuvor, um selber von sich ein Antlitz zu schaffen, das die Jahrzehnte und Jahrhunderte überdauert, das war jetzt erschwinglich. Und durch diese Nachfrage war auch klar, dass natürlich eine sehr schnelle Diffusion stattfindet, eine sehr schnelle Verbreitung und auch eine Kommerzialisierung des Herstellens solcher Fotografien. Schauen Sie sich hier die durchaus schon wesentlich handlichere Kodak 1 an, die erste Handkamera, die auch mitgenommen werden konnte und auch leicht zu bedienen war von Autonormalverbrauchern. Und das führte natürlich dann zu einer enormen gesellschaftlichen Umwälzung. Weil jetzt war es nicht nur so, dass der Wandelfotograf vorbeikam und einem zur Selbstreflexion ein Bild von sich selbst anfertigen konnte, sondern jetzt waren sie in der Lage, es selber zu dokumentieren. Selber bestimmte Momente vermeintlich festzuhalten, was ihrerseits, wie wir heute ja wissen, natürlich die ganze Art des Seins wiederum determiniert, dass sie viele Ereignisse im Grunde gar nicht mehr unmittelbar wahrnehmen, sondern eigentlich im Grunde nur noch über ihren Smartphone-Screen, die sie die ganze Zeit während des eigentlich Momentums eines Ereignisses, wie der Hochzeit oder sonstiger Familienanlässe, dann im Grunde eigentlich schon unmittelbar nur noch durch den Screen erleben. Was jetzt nicht kulturpessimistisch klingen soll, sondern was eigentlich einfach halt nun mal so ist. Gut, also das hier sind erstmal so die ökonomischen Auswirkungen, die in sich so eine gewisse Logik tragen, dass sie jetzt einigermaßen sexy auch auf Menschen gewirkt haben mussten, entweder selber Fotos herzustellen oder auch von sich eins zu haben. Und damit der ökonomische Erfolg dieser Medieninnovation ja nun außer Frage stand. Das kann man sich zum Beispiel bei der Cinematografie schon eher fragen. Dass die Fotografie einen enormen Erfolg hatte, das erscheint klar, auch technikphilosophisch klar, bei der Cinematografie kann man schon eher ein Fragezeichen machen. Kommen wir gleich noch drauf. Nun, die Fotografie hat natürlich sicher auch dazu geführt, nicht nur das Selbstporträt, sondern vor allem auch die Dokumentation, dass es Einzug gehalten hat natürlich in frühe journalistische Produkte. Dass jetzt die Illustrierte Zeitung, die wir ja schon besprochen haben, die Leipziger Illustrierte Zeitung, dazu übergegangen ist, etwa so auch um die Jahrhundertwende hin ins 20. Jahrhundert, eben nicht nur auf Kupferstiche, Holzschnitte, sonstige Illustrationen zurückzugreifen, sondern immer stärker auch Fotografie einzubinden. Und das können wir jetzt nun leider in diesem Covid-19-Semester nicht anhand einer Analyse machen. Ich habe relativ viele illustrierte Zeitungen, original aus dieser Zeit, die man mal analysieren könnte. Vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen. Im Hinblick auf die Nutzung von Bildfotografie in diesen frühen journalistischen Produkten der Jahrhundertwende und aber auch im Ersten Weltkrieg. Wie wurde Fotografie eingesetzt? Ich kann es Ihnen jetzt sozusagen ja nur frei extemporieren, dass das in erster Linie natürlich schon dadurch passiert ist, dass man versucht, eher statische Objekte einzufangen. Sie haben noch relativ hohe Belichtungszeiten gehabt und können jetzt zum Beispiel nicht Kampfhandlungen des Ersten Krieges realistisch einfangen. Das ging eben nicht über die, aufgrund der hohen Belichtungszeiten, da gingen eher nur statische Objekte. Also Sie sehen zum Beispiel die Betreuungsmannschaft eines Lazaretts, da sitzt dann der Arzt und die Krankenschwestern und sonstigen Pflegern stellen sich posenhaft auf und schauen alle in die Kamera. Übrigens nicht lächelnd, sondern meistens eben in einem Gesichtszustand, der sehr entspannt wirken sollte, weil Sie dann längere Belichtungszeiten eben auch durchhalten. Wenn Sie da länger über ein eingefrorenes Lächeln zeigen, dann wirkt das auch sehr eingefroren. Und das schlägt übrigens heute wieder zurück, dass wenn wir uns Bilder aus dieser Zeit anschauen, dass der erste Eindruck ist, mein Gott, was waren das für trostlose Zeiten, da lacht doch nie jemand auf diesen Fotos. Das liegt unter anderem eben auch an diesen hohen Belichtungszeiten, dass man dort dann eher die Gesichtsmuskeln erschlaffen ließ für das Porträt, was wiederum dazu führt, dass man nicht allzu freundlich auf den Bildern ausgesehen hat. Gut, also auch hier würde ich das kurz verlassen und stattdessen mit Ihnen eine sehr wichtige bildtheoretische Frage noch kurz zu adressieren an Sie, nämlich die Frage, ob Fotografie wirklich das ist, so wie ich es vorhin apostrophiert habe. Ist sie festgehaltene Realität? Ist sie dokumentiertes, reales Geschehen? Oder ist das Bild, ist die Fotografie etwas anderes? Ist es nicht real? Versuchen Sie diese Frage sich vielleicht jetzt mal vorzulegen, das Video mal anzuhalten und vielleicht auch anhand dieser Bildbeispiele, die ich Ihnen hier aufgelegt habe, mal für sich selber zu reflektieren und sich selber eine Antwort zu finden, sind Fotografien Abbildungen der Welt mit einem Realitätsgrad oder einem Realitätsdokumentationsgehalt? Oder sind sie etwas anderes? Sind sie nicht realistisch? Sind sie subjektiv? Sind sie eklektisch? Also ausschnitthaft? Und haben deshalb nichts mit der Realität gemeint? Diskutieren Sie es mal gerne. So, gut, für die, die es weiterlaufen haben lassen, das ist natürlich eine der entscheidenden bildtheoretischen Fragen, ob, wenn sie eine Fotografie haben, ob sie etwas haben, was mit Realität am Ende was zu tun hat oder nicht. Und ich würde mal sagen, dass die Bildtheoretiker sich weitgehend einig sind, dass es ein Aliot ist, dass es ein etwas anderes ist, dass es mit Realität nichts gemeint hat. Und das ergibt sich zum einen aus dem Selektiven der Fotografie, aus seiner Begrenztheit, und zwar seiner räumlich-zeitlichen Begrenztheit. In beiderlei Dimensionen Hinsicht sind Fotografien beschränkt. Einmal in räumlicher Hinsicht dadurch, dass sie immer nur einen Ausschnitt wiedergeben. Ja, ich zeige Ihnen hier deshalb etwa das Bild hier mit den Kindern, mit den Napalm-Opfern aus dem Vietnamkrieg, weil dieses Bild eben jetzt zum Beispiel schon ein Ausschnitt ist, eines viel größeren Bildes der Darstellung. Und Sie sehen jetzt hier natürlich eine Fokussierung auf die Kinderopfer, die natürlich eine ganz andere Wirkung hat, vor allem von der Empathieerzeugung her. Wenn Sie das etwa den etwas größeren Ausschnitt des Bildes nehmen, dann verändert sich die Wirkungsrichtung dieses Bildes. Nicht dahin, dass man kein Mitleid mehr mit den Kindern hat, aber man sieht daneben zum Beispiel einen Bildfotografen, einen als Soldaten, wahrscheinlich einen Kriegsberichterstatter, der ganz routiniert den Film in seiner Kamera wechselt. Und dadurch verschiebt sich sowohl der Aufmerksamkeitsfokus als auch die Gesamtwirkung des Bildes. Das ist also schon immer wichtig, welchen Raumausschnitt zeigen Sie. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, ist die zeitliche Komponente, dass Sie hier ja immer nur sozusagen einen Moment aus einem größeren linearen Ablauf oder einem linearen Szenario zeigen, aber Sie auch zurückgeworfen sind, eben nur in der Wahrnehmung dieses einen singulären Momentes, dieser Zehntelsekunde vielleicht. Und das natürlich aber auch das Ereignis insgesamt in der Wahrnehmung verzerren kann. Also nehmen Sie jetzt zum Beispiel die ausgesuchte Fotografie im Krisenstabraum im Weißen Haus unten. Ich glaube, als der Islamist des 11. September, der Drahtzieher oder der vermeintliche Drahtzieher im Hintergrund dann festgenommen oder auch erschossen werden sollte, ich weiß es gerade nicht mehr, dann wurde dieses Bild geschossen. Und natürlich, wenn Sie jetzt dieses Bild sehen, ist klar, dass das natürlich vom damaligen Präsidenten Obama gezielt lanciert wurde, weil Obama sitzt hier mit festem Blick auf die Kamera und wirkt entschlossen. Und das Entscheidende ist, dass seine Vizepräsidentin und eigentlich Kontrahentin auch innerhalb des Demokraten-Lagers, ja lange Zeit, hier eher unsicher wirkt oder entsetzt oder auf jeden Fall unsouverän. Und deshalb zumindest den Rumors nach hinterher eben Miss Clinton hier auch nicht besonders amüsiert darüber war, dass genau dieses Bild rausgegeben worden ist. Es gab wohl sicher ganz andere Momente, in denen eben vielleicht Obama überfordert wirkte in der Mimik und sie umso entschlossener. Sie werden aber in ihrer Interpretation des Bildes zurückgeworfen auf diesen einzelnen Moment. Also insofern ist auch hier durch dieses Eklektische, durch diese nur ausschnitthafte Guckloch in die Rückrealität, der hat eine Verzerrung damit verbunden, dass wir wahrscheinlich im Grunde sagen können, es hat mit der Realität nichts gemeint. Gleichwohl, trotz dieser enormen, sowohl räumlichen als auch zeitlichen Limitierung von Fotografie, wird ihr eine unglaubliche Authentizitätsvermutung beigemessen. Also es ist trotzdem so, dass wir sagen, naja trotzdem so oder so ähnlich wird es doch schon gewesen sein. Also wir halten etwa Fotografien für weniger manipulationsanfällig, als wir es bei Gemälden unterstellen selbstverständlich, weil die Gemälden natürlich sozusagen dem subjektiven Pinselstrich und Gusto des Künstlers unterworfen sind. Die Fotografie kann nur Licht einfangen. Sie ist vermeintlich objektiv. Für sie spricht erstmal die Objektivitätsvermutung. Lässt aber außen vor, dass natürlich der Fotograf immer noch mit dem Finger am Auslöser und mit der anderen Hand am Objektiv entscheidet über die Raumselektion und über die Zeitselektion. Und beides sind sehr wichtige Elemente für die Botschaft dessen, was hinterher interpretiert werden kann aus dem Resultat. Das wird womöglich wichtiger sein, als einen Pinsel zu führen. Das muss sozusagen immer mitgedacht werden. Und das wäre in der kritischen Bildtheorie auf jeden Fall der entscheidende Aspekt dafür zu sagen, dass Fotografie eher mit Realität weniger zu tun hat, als man es zumindest intuitiv im ersten Moment meinen sollte oder zu meinen glaubt. Gut, also das ist ein wichtiger Aspekt von einer Reihe von thesenartigen Gedanken, die Susan Sonntag in ihrem berühmten Essay in Platos Höhle 1977 verfasst hat, in der Susan Sonntag nun zum Beispiel gerade diesen dokumentarischen Charakter, die Beweisfunktion der Fotografie betont, und gleichzeitig aber eben auf das Eklektische und das Irreale unter Interpretationsoffenheit der Fotografie betont. Dieses Essay würde ich sehr gerne Ihnen im Originaltext ins Digiboard stellen, damit Sie selber mal vielleicht sich in einen Text, der sehr gut zu lesen ist, der sowohl amortiert philosophisch ist, aber auch sehr, sehr gut zu lesen ist, weil er sehr bildhaft, sehr metaphorisch die Thesen transportiert, Ihnen ganz gerne mal vorstellen. Und vorneweg natürlich das aus meiner Sicht ganz elegante, dieses glänzend geschriebenen Essays, ist, dass die Andeutung des Titels in Platos Höhle dann eigentlich in den Thesen gar nicht mehr auftaucht. Da reicht sozusagen die Andeutung in der Textüberschrift, die genau aufzeigt, diese Diskrepanz und dieses Dilemma, das mit der Fotografie geboren wird, was eben im Höhlengleichnis Platos sich abbildet. Also vielleicht nochmal auch hier zur Rekapitulation, das Höhlengleichnis etwas simplifiziert. Ich will es jetzt nicht in der Form des einschlägigen platonischen Dialogs Ihnen zeigen, aber ganz, was hier gemeint ist, vordergründig von Susan Sonntag, aus Platons Höhle ist, dass das, was in diesem Höhlengleichnis zunächst mal umschrieben ist, vordergründig, dass die Menschen alle gefesselt in einer Höhle sitzen und gezwungen sind, immer nur die Wand zu sehen und Projektionen, die von irgendwelchen Objekten, die im Original übrigens vorbeigetragen werden und nur die Schatten aufgrund einer Lichtquelle, die Schatten und Projektionen auf dieser Wand sehen, im Grunde ihr Leben lang nur diese Projektion sehen und deshalb die Projektionen für die Wahrheit halten, weil sie ja nichts anderes kennen. Und nun einer dieser armseligen Kreaturen freigelassen, aus der Höhle steigt, emporsteigt, zunächst erkennt, dass es sich nur um Objekte handelt, dass es sich nur um Licht, um eine künstliche, artifizielle Lichtquelle handelt und dann emporsteigt sozusagen zu dem Wahren, Sie sehen hier auch natürlich die, vor allem die Ideenlehre von Plato mit transportiert und die Ideenlehre ging es jetzt hier, Susan Sonntag, nicht, deshalb sage ich, es ist etwas eine oberflächliche Betrachtung des Höhlengleichnisses, aber dann sozusagen fortschreitet hier, ans Tageslicht kommt und am Ende die Sonne, als die idealisierte Idee des Wahren und des einzig Realen dann am Ende sieht. Und im Grunde geht es hier um die Diskrepanz zwischen dem bloßen Abbild der eigentlichen Nicht-Realität, dessen, was hier unten in der Höhle ist und dem, was oben eigentlich real ist. Und deshalb ist natürlich, um diese Diskrepanz auch in die Fotografie zu legen, natürlich ist es ein genialer Kniff, das Essay über die Fotografie dann in Platos Höhle zu nennen. Weil in dem Moment sozusagen, wo wir zurückgeworfen sind, nur auf Bildmedien, auf Fotografien, wir uns genau in Platos Höhle befinden. Was natürlich jetzt in unserem mittelbaren Umgebungsfeld jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Sie sehen Bilder Ihrer Familie an der Wand und sehen Sie in der Regel auch noch real um sich herum springen. Da sehen Sie ja nun die Diskrepanz und können dann immer wieder abgleichen mit der Realität. Was hier natürlich vor allem gemeint ist, ist massenmediale Berichterstattung. Um nochmal an Niklas Luhmann zu erinnern, das, was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien. Und das, was wir über die Welt wissen, müsste man jetzt ergänzen, nach dem iConnecteur, wissen wir aus massenmedial transportierten Bildmedien, Fotografien. Und dort zeigt sich ja nun in dem, das, was Ihnen vorgelegt wird, nun genau wieder die räumlich-zeitliche Selektion. Wo wir gerade gesagt haben, das ist eher sozusagen Ausdruck einer Negation von Realität oder von einem unvollständigen Bild dessen, was wir als real bezeichnen, eigentlich sagen können. Gut, also das nochmal hier zum Höhlengleichnis. Wie gesagt, das sehr lesenswerte Essay würde ich Ihnen dann online packen. Da werden Sie dann auch noch mehr Thesen als die jetzt hier meinerseits eklektisch herausgegriffenen drei Thesen dann wiedersehen. Ich will die jetzt gar nicht hier im Einzelnen nochmal vorlesen. Sie sind aus meiner Sicht ja auch weithin selbsterklärend. Das zweite ist jetzt hier diese Beweismaterial. Das ist diese dokumentarische Funktion von Fotografien, die ja eben Beweisfunktion gerade deshalb haben, weil wir die Vermutung reinlegen, dass es so oder so ähnlich gewesen ist, wie man es auf dem Bild sieht. Sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig auch etwa für juristische Beweisführung. Das ist ja nun eigentlich meine Kernkompetenz aus der Juristerei, wo genau das eben mit rein spielt. Dass diese Wirklichkeitsvermutung von Fotografie oder von Bildaufnahmen auch im Rahmen des Beweises im Grunde kritischer zu hinterfragen ist, auch von Richtern, von Tatrichtern kritischer zu hinterfragen wäre. Gut, dann das zweite der Miniatur der Realität. Das ist etwas, was später auch Theodor Adorno wieder aufgreift in einer seiner Thesen zum Fernsehen. Diese Miniaturisierung und auch vielleicht die damit einhergehende Verniedlichung, die Bagatellisierung. Da können wir dann vielleicht nochmal gesondert drüber sprechen. Gut, das soll nur sozusagen Ihnen so ein bisschen auch wieder medienteoretisch ein Begleitprogramm zu den Milestones geben, die wir abschreiten, mediengeschichtlich und Ihnen immer wieder auch mal Hinweise zu geben. Es gibt jeweils auch theoretische Perspektiven immer auf diese Medieninnovation, hier etwa jetzt Susan Sonntag oder auch sehr lesenswert und auch glänzend geschrieben von Henri Cartier-Bresson, dem ja wirklich begnadeten Fotografen und Künstler und Regisseur. Nämlich der entscheidende Augenblick von 1952. Auch das werde ich Ihnen gerne als Text online stellen, in dem er natürlich genau in dem Bewusstsein darüber, dass es nur ein einzelner Moment ist, der in der Fotografie festgehalten wird. Es eben entscheidend ist, den Moment zu finden in der Fotografie, der dann auch die gesamte Geschichte erzählt, das Bild ist. Dann die Frage, ob Geschichte gleich Realität. Heißt das ein Foto, das die ganze Geschichte erzählt? Erzählt es immer die ganze Realität? Oder ist es nur besonders interpretationsoffen aufgrund der Vielheit und auch vielleicht der Ästhetik der Komposition? Das kann man dann eben noch mal in Detail nachlesen bei Cartier-Bresson. Dessen Bilder übrigens meistens, soweit ich weiß, zusammen mit Robert Kappa auch auf Wanderausstellungen zu sehen sind, durch Deutschland zumindest zu sehen gewesen sind. Wenn Sie das irgendwo mal sehen und Sie das interessiert, würde ich sagen, dass Cartier-Bresson ebenso wie Robert Kappa eigentlich ein Muss für jeden Fotografieinteressierten ist im Hinblick auf Fotografie-Kunst, Fotografie-Ästhetik und die Macht auch der Fotografie im Sinne der Einzelbilddarstellung. Gut, also damit will ich es jetzt, dabei will ich es bewenden lassen und im Schweinsgalopp jetzt zu dem kommen, was ich schon angekündigt habe, eingangs des Screencasts, nämlich zur Cinematografie. Und hier gönnen wir uns die Zeit, uns den ersten Film im Grunde, zumindest nach meiner Diktion, den ersten Film uns mehrmals anzusehen, nämlich die Szene gedreht von Louis Lebrunz mit seiner Familie im Rounday Garden. Nämlich hier, das ist es schon. Also im Prinzip das Herumlatschen von Familienmitgliedern im Garten, das natürlich jetzt noch keinen üblichen Handlungsrahmen aufweist und sicher auch noch nicht als Monumentalfilm bezeichnet werden kann, aber darum ging es nicht. Auch hier ist sozusagen der Zauber daraus zu sehen, dass zum ersten Mal sich die Bilder bewegten und man sich auch vorstellen kann, was das natürlich nach den mittlerweile vielleicht Fotografie erlernten Menschen einen weiteren Schock auslösen können konnte, nämlich derart, dass nachdem man jetzt etwa 50 Jahren die Fotografie kannte, jetzt plötzlich die Fotografie anfängt, sich zu bewegen. Und auch hier ist ja nun sozusagen der Reiz, wenn man so will, darin, die weitere Annäherung medialer Geltungen an das, wie wir Realität wahrnehmen. Und die nehmen wir ja auch nicht, wie die Insekten in Einzelbildern war, sondern in einem linearen Ablauf dessen. Wenn ich jetzt hier die Hand bewege, sehen Sie hoffentlich auf dem Screencast die Handbewegung linear, nicht in Einzelbildern im Ablauf. Und genauso so, wie wir Realität sehen, fangen jetzt an, auch die medialen Geltungen sich zu entwickeln. Nun, genau das, was ich versucht hatte, Ihnen in meiner Medienteorie im Screencast zur Medienontologie näher zu bringen, dass ein Triebfeder von Medieninnovationen immer ist, das Heranreichen medialer Geltungen an die Art und Weise, wie wir Gegenwärtigkeitswahrnehmungen real wahrnehmen über unsere Sinnesorgane. So, und das hier natürlich auch, also sozusagen der Startschuss, wenn man so will, in ein neues Zeitalter. Dann natürlich fortgeführt, perfektioniert, vor allem von den Gebrüdern Lumière, insbesondere Auguste, die dann die Cinematographie perfektioniert haben, in einer Kamera, die sowohl aufnehmen, als auch schon am selben Abend projizieren konnte. Und hier dann eben der bereits bei der Immersion behandelte Effekt vermeintlich aufgetreten ist beim einfahrenden Zug in Las Jotar. Ich hoffe, Sie erinnern sich. Wir haben das, glaube ich, kurz angespielt. Beim Einführen, einfahrenden Zug von Las Jotar, dass die Menschen eine Immersionswirkung hatten und dachten, der Zug führe aus der Leinwand heraus und deshalb das cinematografische Theater verlassen mussten. Ja, auch hier wieder angebrachte Zweifel an der historischen Authentizität wollen wir jetzt mal hier links liegen lassen. Aber es bildet, glaube ich, schon einen Eindruck auf die gewachsene Wirkmacht und Immersion, die Bewegtbilder, die bewegte Fotografie gegenüber der Standbildfotografie haben. Und auch hier sind natürlich jetzt die Realitätsvermutungen noch stärker, weil das zeitlich Selektive, was ich vormals hatte, als Begrenzung von Realität oder von Authentizität ist jetzt weggenommen. Jetzt können Sie über die Kamera ja lineare Prozesse aufnehmen. Und damit ist die zeitliche Limitierung auf einen Augenblick, wie sie die Standbildfotografie hat, ja im Grunde aufgehoben. Führt also dazu, durch die Annäherung der Medieninnovation an die Art und Weise, wie wir Realität wahrnehmen, steigert sich natürlich auch in der medialen Geltung die Realitäts-Authentizitätsvermutung, dass es auch so oder so gewesen ist. Und das haben wir natürlich bei filmischen Bewegungen auch. Deshalb werden ja Kameraaufzeichnungen von Überwachungskameras im Rahmen der Überführung von Delinquenz bei Strafgerichten so hohe Bedeutung beigemessen. Wenn Sie da halt zu sehen sind auf einer Überwachungskamera, wie Sie irgendwo einbrechen, haben Sie keine Chance. Versuchen Sie mal bildtheoretisch zu argumentieren, dass Sie sagen, Lichtbildaufnahmen spiegeln keine Realität wieder. Das ist die Frage, ob Sie mit diesem bildtheoretischen Ansatz dann von der Strafverurteilung nochmal davon kommen. Wahrscheinlich eher nicht. Oder falls doch, dann bitten Sie den Tatrichter, vorher diesen Screencast anzuschauen, dann haben Sie vielleicht eine höhere Chance, dann da auch freigesprochen zu werden. So, also Scherz beiseite, die Milestones in der Entwicklung von Cinematografie habe ich Ihnen ja auch ins Skript gemalt. Ich will das so ein bisschen vernachlässigen. Vielleicht so ein bisschen hinweisen darauf, dass anders als bei der Fotografie, ich habe es vorhin angedeutet, die Fotografie war ökonomischen Selbstläufer. Die hat sich im Prinzip die Diffusion auf dem ganzen Planeten ausgebreitet. Beim Film war es ein bisschen anders. Der Film kam relativ schnell nach der Kommerzialisierung in eine Krise. Also vor allem auch trotz aufwendiger Filmstoffe, also vermeintlicher Blockbuster wie Georges Méliès' Reise zum Mond, können Sie sich auf YouTube mal anschauen, gab es relativ schnell eine Filmkrise, dass die Leute gesagt haben, ach ja Gott, naja, so der Burner ist das jetzt auch nicht. Da gehe ich lieber ins Theater beispielsweise. Nun, woran lag das? Das lag zum einen natürlich daran, dass Film immer noch in seinen Wahrnehmungsgestalten limitiert war. Es war schwarz-weiß, es war nicht farbig, es gab noch keine tonalen Gestaltungen, unmittelbar zum gesehenen Geschehen. Also sie hatten noch den Stummfilm, das heißt, man musste sich dann mit Texteinblendungen behelfen. Es musste also erstmal auch eine besondere Art des Actings erfunden werden, das was Charles Chaplin perfektioniert hat und ihn vor allem für die Stummfilmzeit ja so groß gemacht hat, dass sie mit so einem gewissen Maß an Overacting auch agieren mussten im Stummfilm, um das, was sie verbal nicht transportieren konnten, trotzdem verständlich zu machen. Das heißt, das musste auch erstmal gelernt werden. Das war in der Anfangszeit der ersten Filme nicht gelernt. Und auch das, was sie mit Filmen machen konnten, nämlich zum Beispiel Nahaufnahmen, Schnitt, Gegenschnitt, das war noch nicht gelernt. Gerade wenn Sie sich mal die Reise zum Mond von Georges Mélié anschauen, dann werden Sie sehen, das wirkt alles doch sehr statisch, theaterhaft. Da werden eigentlich im Prinzip nur eine Szene abgefilmt, eine statische Bühne, die man dann sozusagen im Komplettscreen sieht, im Vollbild und da laufen dann die einzelnen Akteure rum und unterhalten sich irgendwie und fuchteln manchmal. Aber es transportiert sich nichts, was die filmischen, stilistischen Mittel, die möglich sind, nutzt. Warum? Auch das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Auch hier ist es wieder so medienteoretisch, wir erfinden die Dinge erst, bevor wir sie entdecken. Und genauso haben wir auch die Cinematografie zuerst erfunden. Aber was durch sie möglich wurde, also durch etwa Nahaufnahmen von Schauspielern, denken Sie dann später an die Fritz-Lang-Filme oder Schnitt gegen Schnitt. Alles das, was der Vorteil ist gegenüber dem Theater, dass ich die Mimik des Schauspielers von sehr nah im Close sehen kann, das war noch nicht gelernt. Das heißt, es wurde eher theaterhaft abgefilmt. Gleichzeitig hatten wir die schon besprochenen technischen Limitierungen, schwarz-weiß, kein Ton, nicht wissen, wie ich im Rahmen der Darstellung der schauspielerischen Leistung genau dieses fehlende Tonale aufzuarbeiten habe, dass ich da eine eigene Dramaturgie entwickeln muss und ein eigenes Acting entwickeln muss als Schauspieler. Das war noch nicht gelernt. Und entsprechend kamen dann die Filme auch entsprechend fad und limitiert rüber, dass sie eher als billiger Abklatsch, als schlechte Kopie eines Theaterstücks erschienen. Und dann eben die Leute gesagt haben, na gut, dann gehen wir halt lieber ins Theater. Aber Cinematografie ist doch letztlich nichts, selbst wenn in der Ecke ein Pianospieler hockt und dazu Gassenhauer zum Besten gibt. Also selbst dann ist es wenig unterhaltend. Oder gerade noch weniger, weil wenn der Stummfilm Pianospieler spielt, kann ich mich nicht mal unterhalten während der Cinematografie-Vorführung. Also hieraus erklärt sich die Anfang des 20. Jahrhunderts doch sehr schnell sinkende Nachfrage und erst dann die kritische Reflexion dessen, was muss ich denn machen, wie muss ich den Film professionalisieren, auch im Hinblick auf die Wahrnehmungseffekte und die Attraktivität für Zuschauerinnen und Zuschauer kam es dann vor allem in der US-amerikanischen Filmindustrie, dann vielleicht auch mit dem Beginn der Kulturindustrie, vielleicht wie Theodor Adorno sagen würde. Zu dem Boom, auf den ja dann auch in Deutschland sich die deutsche Filmindustrie entwickelt hat, daraus dann bis hin zum Ufa-Film, bis hin zur propagandistischen Nutzung dann freilich 1933 durch die Wochen schauen, das dürfte geläufig sein. Vorher noch der Übergang von Stumm zum Tonfilm, also auch hier wieder die nächste Annäherung an das, wie wir Realität wahrnehmen. Und Realität nehmen wir audiovisuell wahr, also war natürlich der nächste denknotwendige Schritt, auch wieder die Innovation vom Stumm zum Tonfilm hin, als Annäherung an Realitätsgegenwärtigkeitswahrnehmungen, so wie wir es bereits besprochen hatten. Nun gut, also Wochenschauen, NS-Wochenschauen will ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Ich bin sicher, das wäre durch die Lehre gedeckt, auch wenn man hier Hakenkreuze sieht, das wäre nicht strafbar wegen verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Ich will es trotzdem nicht jetzt hier zeigen. Sie können das gerne, wenn es sich interessiert, ja auch Wochenschau-Auszüge im Internet finden, um es zu schauen. Hier wäre es jetzt darum gegangen, mal vielleicht ein bisschen analytisch, filmanalytisch zu schauen, wie kann man den Film propagandistisch nutzen, wie geht sowas vielleicht auch nach hinten los, wie Sie hier in einer der letzten Wochenschauen sehen könnten, die wahrscheinlich damals in der desillusionierten Gesellschaft in der Endkriegszeit wahrscheinlich nur noch als Realpersiflage wahrgenommen werden musste. Aber auch das will ich jetzt hier sozusagen auch aus Zeitgründen nicht mehr mit besprechen. Vielleicht jetzt am Ende noch, bevor wir dann zu den Auswirkungen kommen allgemein, der Hinweis auf Walter Benjamins berühmten Aufsatz. Also ich würde sagen, in der Technikphilosophie, Kunst- und Technikphilosophie ein absolut lohnenswerter Meilenstein, nämlich das Kunstwerk im Zeiteil aus seiner technischen Reproduzierbarkeit. Er schrien in der Zeitschrift für Sozialforschung 1936, also Sie sehen schon in der Nazi-Zeit. Und hier wirft Benjamin natürlich auch als Vorläufer der sich dann entwickelten kritischen Theorie der Frankfurter Schule einen sehr kritischen Blick auf die Möglichkeit, die jetzt natürlich geschaffen worden ist durch Fotografie und durch und durch den Film die technische Reproduzierbarkeit von Kunst. Und um es jetzt hier erstmal nur kurz anzudeuten, ist seine durchaus auch kulturpessimistische Kritik darauf auf die Essenz zu bringen, das Kunstwerk verliert durch die massenweise Reproduktion seine Aura. Also seine Aura im Sinne der Singularität, im Sinne des nur an einem Ort Erlehrtbaren, des Zauberhaften, vielleicht auch des Mythischen, das wird sozusagen durch die massenweise Reproduktion erschüttert. Und das entwickelt, diesen Gedanken entwickelt Walter Benjamin aus, im Grunde aus Gedanken des Marxismus heraus, der marxistischen Lehre heraus, in dessen Tradition ja dann die ganze Frankfurter Schule steht. Wir werden ja dann später auch zu Theodor Adorno bei seiner Fernsehkritik nochmal aufschließen, um dann sozusagen das ein bisschen abzurunden, die kritische Theorie. Einer der wichtigsten Anfänge war gemacht hier mit Walter Benjamin in seinen Schriften. Und Sie wissen ja, dass Theodor Adorno und Walter Benjamin sich natürlich auch kannten und Benjamin ein Förderer von Adorno war. Also da sieht man natürlich auch eine direkte Linie, nicht nur in der Denkweise, sondern auch in den Biografien. Und das kann ich Ihnen nur anempfehlen zu lesen, wenn Sie es nicht nur lesen wollen, finde ich, ist es eine relativ gelungene Reproduktion wiederum, dieses Aufsatzes von Walter Benjamin in einem eingesprochenen Text auf YouTube zu finden, wenn Sie dort Walter Benjamin eingeben und Reproduzierbarkeit und Kunstwerk, dann dürften Sie das eigentlich finden und können sich das dann eben auch mal vielleicht so audiovisuell rekapitulieren und verinnerlichen. Das sozusagen noch als medienteoretischer Hinweis. Hierzu hoch aktuell aus meiner Sicht, weil es im Prinzip der Beginn dessen ist, was Adorno später als Kulturindustrie bezeichnet hat und wir uns ja immer noch in diesem Fahrwasser und den Fortwirkungen dieser Kulturindustrie befinden, wenngleich sie heute in anderem Antlitz erscheinen, etwa in dem von Netflix und von Amazon Prime. Gut, die Bullet-Point-artigen Zusammenfassungen der Auswirkungen auf die Gesellschaft von Film und Fotografie habe ich Ihnen wieder zusammengeschrieben, das finden Sie aber auch im Skript. Ich würde das jetzt hier mal nicht nochmal mit besprechen, weil es mir selbsterklärend erscheint, auch aus dem Skript heraus. Ich werfe sie hier nur noch einmal sozusagen zur Dokumentation an. Das meine ich damit. Also diese Unterteilungen, wie wir sie schon mehrmals gesehen haben, so ein bisschen angelehnt an der Typologie von Stöber, die verschiedenen Ebenen, die er beschreibt bei den Medien. Da sehen Sie dann die aus meiner Sicht wichtigen gesellschaftlichen Auswirkungen nochmal Bullet-Point-artig zusammengefasst. Hierauf möchte ich Sie dann verweisen auf Skript. Das war unser Screencast zu den Bildmedien, also insbesondere Fotografie und Cinematografie und im nächsten Screencast beschäftigen wir uns dann mit dem Aufkommen von Hörfunk und Fernsehen. Bis dahin!